Welcher Typ Mensch sind Sie? Der wagemutige Forscher, der gerne vorprescht, anschiebt und in seinem Leben etwas bewegen und erreichen möchte? Oder eher der Bedächtige, der gut überlegt, genau abwägt und dann agiert? Oder gar der zurückhaltende, zögerliche, ängstliche, der erst einmal die anderen vorangehen lässt und dann schaut, ob er mit von der Partie ist? Welcher Typ Mensch sind Sie? Diese Frage kommt mir an diesem Sonntag bei der Lesung aus dem ersten Petrusbrief in den Sinn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen von der Hoffnung, die euch erfüllt. Petrus kizziert mit dieser Aufforderung zum Glaubenszeugnis die Christen als Menschen, die von Hoffnung getragen sind, die positiv geprägt sind. Christen sind nicht forsch, sie treten auch nicht prahlerisch auf, sie sind aber auch nicht duckmäuserisch oder gar ängstlich, sondern vielmehr von Hoffnung erfüllte Menschen. Christen sind weder besser noch schlechter als ihre Mitmenschen. Sie werden um des Glaubenswillen auch nicht vor Leid, Not und Tod verschont. Doch sie können die Wechselfälle des Lebens aufgrund des Glaubens, aufgrund ihrer engen Jesusbeziehung anders meisten. Leid, Not, Krankheit, Tod stürzen sie nicht sofort erst in einen depressiven Abgrund, denn sie glauben an die Auferstehung Jesu. Sie erkennen in ihr das Tor zum Leben und sie spüren die Zuwendung und Zuneigung Gottes, der sie auch in prekären Lebenssituationen nicht allein lässt. Kurz, Christen sind von Hoffnung erfüllte, für die Zukunft hin offene Menschen. Mit diesem kurzen Satz seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen von der Hoffnung, die euch erfüllt, verbindet Petrus aber auch eine ganz klare Aufforderung. Dieser Glaube, der Christen oftmals wieder alle Hoffnung hoffen lässt, ist keine Privatsache, ist kein Zuckerl für besonders Nette unter uns, sondern heiliger Auftrag, ja Verpflichtung. Was dem gläubigen Christen so gut tut, dieser Glaube, das könnte doch auch dem suchenden, fragenden, zweifelnden, ringenden Zeitgenossen Kraftquelle sein, wenn er nur darum wüsste, wenn er nur etwas von dieser Zuwendung Gottes in Christus erfahren und spüren könnte. Doch wer sagt es ihm? Wer führt ihn hin zu Jesus? Wer leitet ihn zum Glauben und zur Hoffnung an? Die Antwort darauf ist kurz und einfach. Wer, wenn nicht wir, wenn nicht jeder Einzelne von uns, sie und ich? Man kann das Glaubenszeugnis nicht einfach an die hauptberuflichen Christen delegieren. Ein jeder, so Petrus, soll stets bereit sein, Rede und Antwort über die Hoffnung zu stehen, die ihn erfüllt, über den Glauben, der ihm Orientierung gibt, über die Liebe, die seinem Leben Sinn und Tiefe verleiht. Welcher Typ Mensch sind Sie? Ich bin froh und dankbar, ein Christ zu sein, der zwar wankt, wenn er von der Krebsdiagnose seiner Schwester erfährt, der aber nicht fällt, weil Gott an seiner Seite ist, weil er sich von ihm geführt und geliebt weiß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.